Super, ist alles da, was man sich vorstellen kann, schön geiles Equipment, das ist der Hammer, finde ich super. Also es ist auf jeden Fall eine Verbesserung, vor allem wegen dieser Dinger und es gefällt mir. Schaut offen, schaut helle aus und schaut total einlandend aus, hier richtig mal Gas zu geben. Ja, 1A, großartig, sehr vernünftig. Hammer? Neu, spannend, coole Location. Cool, also schön groß, man kann richtig viele Leute hier trainieren und man kann auch Schnellkraft trainieren, auf der Bahn dahinten, also ganz richtig cool. Hier würde ich herkommen, so werde ich.